Keine Ahnung übrigens, ob ich da drüben jetzt wieder hochkäme. Ich kann ein bisschen flattern jetzt mit dem kleinen Luigi. Das ist natürlich auch sehr praktisch, wenn wir Gegner nicht sofort perfekt treffen. 100 Münzen war hier auch ziemlich scheiße. Aber wie gesagt, die ganze Welt war scheiße. Das jetzt auf einzelne Punkte festzunageln, muss ich tatsächlich gar nicht. Hier muss man auch richtig blöd mit dem Panzer rumfahren und alles, also... Nee. Nee. Das beschissenste ist halt einfach... Gerade als großer Charakter kann man hier immer so schnell runterfallen. Es ist wirklich ekelhaft. Achso, die Goombas konnte man klein gar nicht mit Schlägen und Tritten besiegen. Ich habe auch keine Ahnung, ob es hier irgendwie in irgendeiner Weise zielführend ist, was ich hier mache. Hier ist ein starker Wind auf jeden Fall. Das steht darüber nachdem Schild einfach nur, genau. Einfach am besten hier irgendwie hoch. Genau. Das hatte ich mir auch irgendwie manchmal ein paar Probleme bereitet. Ich weiß nicht genau, woran es gelegen hatte. Ja, woran hat es gelegen, ne? Fragt man sich dann. Heyo, passt schon. Hier haben wir eine Wario-Kappe, okay. Wo sind wir denn jetzt? Hier ist auch wieder ein Goomba. Äh, nein. Das waren hier nicht irgendwie drei Goombas? War das in der anderen Version dann? So, wir könnten jetzt hier runter. Die Frage ist halt, was mir das bringt. Nö. Dafür war der Wario hier. Ich glaube, man versteht meinen Hass schon ganz gut, oder? Also alleine schon in den ersten... Ja, ich laufe schon wieder an das falsche Bild. Mann. Drecksgame. Vor allem Dreckswelt. Let's to go. Vor allem, warum gehe ich eigentlich wieder als Großer da rein? Das ist eigentlich... Ich habe aber jetzt die ganze Zeit als kleiner versucht. Egal. Dann versuche ich jetzt auf jeden Fall das hier nochmal. Das wollte ich ja eigentlich machen. Und das ist auch eigentlich der erste Stern hier, den ich sammeln soll, glaube ich. Ich habe mich jetzt zumindest schon mal so minimal umgeschaut. Hier gibt es jetzt fünf Pflanzen, müssen es gewesen sein, die hier spawnen. Und die muss man jetzt am besten wahrscheinlich mit einem Backflip irgendwie besiegen. Ja? Das war im Endeffekt hier so... Ach, scheiße. Ich hasse es. Was bringt mir das? Münzen? Ja. Und vor allem Münzen ja vorunterfallen. Ja, da ist der Luigi gar nicht mehr so clever. Also so sinnvoll für. Weil er nicht direkt landet. Ja, wobei, das war jetzt zum Beispiel ganz gut. Die habe ich besiegt. Aber ich glaube, insgesamt betrachtet ist das gar nicht mehr so gut mit Luigi. Ja, vor allem, weil er einfach scheiße ist gerade. Gib mir mal ein paar Münzen hier, den Block. Ja, oder eben auch. Ja, dann halt nicht. Vielleicht ist es doch sinnvoll, auch einfach mal auf dem Block stehen zu bleiben dann. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal so weitermachen. Mit dem ins große Bild springen. Ich werde jetzt aber, glaube ich, mal die Mario-Kaffe lieber nehmen. Der singt halt schneller. Das ist doch eher praktisch. Ich habe mir zwar gerade eigentlich... Ich habe aber behauptet, das wäre vielleicht so ganz gut mit Luigi. Weil er eben flattern kann. Oder in dem Fall ist es ja nicht das Flattern, sondern dieses Drehen. Aber ich glaube, hier ist es dann genau nicht gut, dass er das kann. Wenn ich jetzt ein bisschen weiter davon wegstehe, dann müsste er sich auch festhalten können, oder? Ja, er kann auf jeden Fall getroffen werden. Oder kann der das jetzt halt echt nicht? Ist der echt zu klein dafür? Luigi kommt ja doch da gerade so hoch. Ist Luigi da halt einfach echt diesen entscheidenden Metergröße? Millimeter? Zentimeter? Es sieht so aus. Das ist halt schon extrem abfuck, ne? Komm ich da mit dem Long Jump dran? Ja, das komme ich. Okay, gut. Dann geht's ja. Dann geht's. Na gut. Dann versuchen wir das Ganze jetzt mal mit Mario. Und halt vielleicht von diesen Flöcken aus. Weil das ist sicherlich gar nicht mehr so verkehrt. Wenn er sich halt so hinstellt... Ich wollte halt einen Backflip machen, aber er wollte halt nicht. So, komm. Spawn nochmal, bitte. Beziehungsweise, er muss halt erstmal anhalten. Und das ist der Scheiß. Er muss halt erstmal zum Stehen kommen, aber die Zeit habe ich doch gar nicht, wenn die Piranha-Pflanze einmal draußen ist. Und das hat jetzt schon wieder nicht gezählt. Ich hasse dieses Level einfach. Ganz ehrlich. Ich möchte es am liebsten einfach skippen. Am liebsten möchte ich das einfach privat für mich spielen und euch dann die Erfolge reinschneiden. Und ganz ehrlich, gerade bin ich so auf dem Punkt, wo ich das sogar machen würde. Einfach, weil ich es hasse. Ich hasse es vom Grunde meines Daseins und daran wird sich auch nie was ändern. Es ist einfach die größte Dreckswelt, die jemals für irgendein Spiel entwickelt wurde. Und da gefallen mir sogar die Partybretter bei Crashboom-Bang besser. Weil die sind wenigstens einigermaßen spielbar. Man versteht zwar das Spielkonzept nicht, aber es ist spielbar. Man muss nämlich eigentlich nur würfeln. Aber das hier ist einfach nicht spielbar. Das ist einfach scheiße. Und es wäre wahrscheinlich einfach auch insgesamt besser, wenn ich es alles rausschneiden würde. Weil ich hier eh nur über dieses Spiel renten werde. Äh, über dieses Level. Insofern, das wäre nicht wirklich... Nee. Aber dann wäre es auch irgendwie trotzdem doof. Ja, okay, man muss diese Scheißblumen kicken. Ja, keine Ahnung, wir kommen zurück irgendwann mal. Ist mir eigentlich auch gerade relativ egal. Ähm, die Welt ist einfach scheiße. Ich habe halt nie verstanden, wie man die Piranhas besiegen muss. Beziehungsweise wieder vergessen. Man muss sie halt wirklich ins Gesicht treten. Und nicht auf sie draufspringen. Was für mich irgendwie mehr Sinn machen würde. Aber gut. Dann kann man sie halt kicken. Manchmal geht das irgendwie gefühlt auch nicht. Naja, das Spiel hat sämtliche Probleme. Und dieses Level sowieso. Dann haben wir jetzt zumindest das erledigt. Eine lebt noch irgendwo. Da hinten, ne? Oder? Nee, keine Ahnung. Ja doch, hallo. Äh, das ist eigentlich komplett einfach. Aber es... Ja, ich habe mal wieder vergessen, dass man nicht auf sie draufspringen muss. Sondern, dass man sie halt wirklich irgendwie so kicken muss. Ja. Ein Rotzstern einfach. Ganz ehrlich, es ist ein Rotzstern. Es ist eine Rotzwelt, deswegen. Ja, machen wir einfach mal irgendwie weiter. Vielleicht im neuen Part, vielleicht auch nicht. Es ist mir gerade relativ gleichgültig, wie man merkt. Mal schauen, was jetzt gefordert ist. Die Spitze der großen Insel. Ja gut, da war ich ja gerade schon mal. Ich weiß nicht genau, was ich gemacht hatte. Ich glaube einfach erstmal hier hochklettern, ne? Und dann... Naja, ich muss eigentlich doch nur genau das machen, was ich gerade gemacht habe. Und dann eben nicht runterfallen. Ich glaube, das ist doch alles, oder? Aber dieses Nicht-Runterfallen ist in dieser Welt halt sowieso eher nicht so ohne weiteres möglich. Ja, da hat mich einfach wieder irgendwie ein Goomba oder sowas runtergekickt, der jetzt nicht mehr da ist, oder so. Klepplo gibt es ja auch noch. Schön. Super, freue ich mich. Mario, bitte geh doch einfach in diese Röhre da unten rein. Und alles ist gut. So, sehr gut. Da sind wir jetzt auf jeden Fall schon mal. Jetzt müssen wir nur noch als kleiner Mario wieder da hoch. Und das ist doch jetzt eigentlich nicht mehr so schlimm, oder? Oder? Das werden wir sehen. Ach, dieser Haini war noch mal. Aber ist der schlimm? Eigentlich nicht. Hier nicht runterfallen. Was kam denn hier jetzt noch? Nichts Relevantes, oder? Was haben wir hier? Einen Stern vielleicht sogar? Tatsächlich. Lol. Will ich aber tatsächlich gar nicht gerade einsammeln, weil der ist ja relativ einfach verdient. Ich würde jetzt dann gerne hier rein. Hier ist dieser Wiggler-Gedöns oder sowas, ne? Ja, genau. Wow, du hast mein Haus geflutet. Warum? Schau dir das an. Was soll ich denn jetzt nur machen? Die Decke ist ruiniert, der Boden durchnässt. Was soll ich tun, Mann? Ja, er ist auf jeden Fall wütend. Und wird uns jetzt wahrscheinlich töten. Weil ich zu schlecht bin. Die muss man doch eigentlich auch nur einmal bestampfen, oder? Es war auf jeden Fall in Super Mario Galaxy 2 so. Ich kann mich daran erinnern. Spontan. Also die muss man jetzt wirklich mit Springen kaputt machen. Oder? Oder nicht? Oder ich schlag einfach mal. Das war kein Schlagen. Das war ein Hechtsprung. Weil ich im Laufen war. Hm. Ich darf auf jeden Fall natürlich sein Gesicht nicht berühren, ja? Hallo? Es macht ihm irgendwie nichts. Scheiße. Scheiße, wie war denn das? Oder muss ich wirklich auf sein Gesicht eine Stampfattacke machen? Hm. Ach, oder brauche ich einen anderen Charakter? Das kann natürlich auch sein. Dass ich hier den Wario brauche. Das kannst du mir jetzt aber hoffentlich nicht sagen. Vielleicht ist es ein bisschen so optimal. Aber ich erinnere mich irgendwie, dass dieser Wiggler so ein bisschen blöd war. Auch wieder. Wie eigentlich alles in dieser Welt. Ach, wisst ihr was? Ich habe halt sowieso noch das Tutorial auf. Dann laufe ich jetzt hier gerade mal ein bisschen blöd rum. Und schaue mal, ob ich dafür einen bestimmten Charakter... Oh, war ich kann auch einfach Pause machen. Ob ich einen bestimmten Charakter brauche oder ob das jetzt so geht. Äh, ich meine, es kommt jetzt auch nicht drauf an. Ähm. Drehe Wiggler im Kreis. Das ist das, ne? Ja, ich glaube schon. Ähm. Dreimal auf den Kopf springen. Ja, okay. Also springen war richtig auf den Kopf, war aber tatsächlich dann notwendig. Ich hätte es jetzt auch vielleicht irgendwie mal ausprobiert, wenn ich jetzt gewusst hätte, okay, es kann mit Mario gemacht werden. Es muss vielleicht sogar mit Mario gemacht werden. Ich glaube, dann brauchen wir aber keine Stampfattacke, ne? Ne, ne. Stampfattacke brauchen wir nicht einfach nur auf den Kopf springen. Ja, gut. Ich halte das nicht mehr aus, Mann. Ja, die Welt ist scheiße, ne? Siehst du auch so. Es gibt so viele schönere Welten als Voliwagumba. Vielleicht solltest du mal hier rauskommen. Lest selber. Ich habe keinen Bock mehr zu synchronisieren gerade. So. Ja, ist eigentlich sehr einfach. Aber man hat natürlich auch nicht unendlich Leben oder Energie, um alles Mögliche auszuprobieren. Und wenn man gegen den Kopf läuft und der einen verletzt, dann ist man vielleicht auch nicht mehr so gewillt, ne? Alles auszuprobieren. So wie ich. Vielleicht ist man einfach nur zu faul. In dem Fall war es aber wirklich eher Furcht. Ja. Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe jetzt gerade eine Stunde 44 auf der Uhr. Ich weiß aber nicht, wann ich jetzt hier angefangen habe, mehr oder weniger wieder aufzunehmen. Es ist mir auch egal. Schneid das später und dann schauen wir mal. So, die Spitze der großen Insel ist aber genau der Stern, den wir gerade schon gesehen haben. Den wir jetzt eigentlich nur noch einsammeln müssen. Also der ist... Ja. Wenn wir nicht runterfallen, ist der halt wirklich einfach verdient. Natürlich könnte man das auch mit der anderen Variante machen. Also indem wir in dieses große Bild reingehen als kleiner Mario. Aber... Ja, wobei. Ich muss jetzt gar nicht da oben hin als große. Aber es ist natürlich deutlich leichter, einfach hier den ganzen unteren Weg schon mal zu skippen. Und dann nur noch den oberen Weg mit Mario zu laufen, die obersten, letzten Schritte. Das ist natürlich viel sinnvoller. Ja, super. Jetzt ist er hier schon am Start. Das ist nicht so geil. Wirf mich nicht weg. Ja, das geht vielleicht noch. Ja, das geht noch. Wenn er mich jetzt in Ruhe lässt. Ja, er lässt mich in Ruhe sein. Die Steuerung ist so schrecklich. Hallo Stern. Schön, wenn es hier schnell verdiente Sterne gibt. Das ist sehr, sehr gut, weil... Es gibt hier auch viele, die mich auf die Palme bringen. Einen hatten wir schon. Die beiden waren es jetzt nicht. Beim Wiggler habe ich jetzt aber auch ein bisschen aufgegeben und nachgeguckt, direkt was ich machen muss. Der könnte sonst auch ziemlich nervig sein, wenn man eben nicht weiß, was man zu tun hat. So, wir gehen weiterhin mal in das Bild. Was haben wir hier? Neues Rennen gegen Cooper. Ah ja, der war auch irgendwo am Start. Den habe ich, glaube ich, schon gesehen. Da brauchen wir aber, glaube ich, wirklich unseren kleinen Freund. Da gibt es sexuelle Aktionen, was? Nein. Da brauchen wir aber wirklich die kleine Variante unseres Karas. Ach, leck mich doch aus. Ja, ich will mich doch nur umdrehen, du Pisser. Das verstehe ich halt auch nicht, warum der Long Jump manchmal klappt und manchmal nicht. Ich verstehe es halt legit nicht. Das liegt daran, wo ich abspringe, bin ich mir sicher. Aber ich weiß nicht, wo ich abspringen soll. Früher? Später? Gar nicht. Gerade bin ich so ein bisschen verführt, einfach mich zu töten. Und einfach direkt ins kleine Bild, also ins große Bild reinzugehen. Wo ich klein bin. Was halt gerade einfach die beste Möglichkeit darstellt. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ja, mal ganz ehrlich. Ach, wobei, Moment. Ich bin auch doof. Ich kann ja auch die Röhre da oben benutzen, wenn ich klein werden will. Das ist sogar deutlich sinnvoller. Vor allem, weil war Cooper nicht eigentlich hier irgendwo in der Gegend? Ne, ich glaube, hier war das Ziel, ne? Es ist auch komplett egal. Ich gehe jetzt hier rein. Und fertig. Also fertig nicht. Aber dann bin ich irgendwann schon mal klein. Hier gäbe es jetzt Luigi. Ach, ich nehme ihn mal mit. Hallo. Der ist doch ein bisschen schneller, oder? Wie war das? Ich meine, der war... Ich meine, den hatte ich schon unten gesehen, irgendwo. Ach, da ist er doch. Ist zwar nicht... Also ich habe ihn nicht gesehen, aber stimmt. Ich erinnere mich daran, dass er da ist. Und da geht es in so eine lustige Höhle rein, wo uns, glaube ich, auch eine rote Münzen erwarten. Die sind da, glaube ich, alle auf einem Haufen. Hey, wie geht's? Du weißt nicht, zufällig, wo Mario... Dann halt nicht mit Luigi. Ich bin ja gerade sogar noch runtergefallen. Hab die Kappe verloren. Möchtest du mich mal treffen? Hier. Ja. Ich bin ein einsamer Single in der Abgebung des Goombas. Lange nicht gesehen. Wow, bist du schnell geworden. Hast du trainiert, oder was? Ja, ich fühle mich hier auf jeden Fall deprimiert, weil ich das letzte Rennen verloren habe. Das war meine Rutsche, weißt du? Wie wäre... Also, das war meine Rutsche. Wie wäre es? Bis zur Böenbrücke? Ja. Wo auch immer das ist. Es wäre sicherlich nicht verkehrt, ihn mal so ein bisschen zu beobachten, um zu wissen, wo ich überhaupt hin muss. Weil... Ne, ich habe keine Ahnung, wo das ist. Hier hoch? Nein. Ich folge ihm jetzt einfach mal, damit ich überhaupt weiß, wo er hin will. Ach, da hinten. Stimm dich. Ja, doch. Jetzt erinnere ich mich wieder. Da ist das Ziel, ne? Und hier ist Wind, genau. Hier ist das Ziel, oder? Ja, ja, hier ist das Ziel, okay. Du hast verloren. Hahaha. Ähm, ja, und jetzt? Nochmal, bitte. Dann musst du den Kurs verlassen. Das hättest du wohl gern. Damit ich wieder da unten in der Halle lande, ja, vergiss es. Aber ganz sicher nicht, Kollege. Kann ich hier vielleicht noch irgendwas anderes gerade reißen? Naja, ich könnte mal in die Höhle da rein. Das könnte ich theoretisch machen. Ich meine, ich brauche zwar sowieso noch 100 Münzen irgendwann und dann brauche ich eh wieder die roten Münzen. Aber vielleicht könnten wir das durchaus aufteilen. So wie bei der grünen Giftgrotte, weil ich mich auch hier absolut gerade noch nicht in der Lage zu fühle, 100 Münzen zu sammeln. Naja, aber kommt man da so einfach jetzt hin? Ja, er ahnt ja sicherlich schon. Nein. Na dann... Ach, lol, okay. Dann wäre es halt vielleicht doch gar nicht so eine verkehrte Idee, ähm, ja, sich einfach umzubringen und das Ganze nochmal zu versuchen. Weil ich glaube, in dem Versuch können wir jetzt nicht mehr wirklich irgendwas Tolles schaffen. Stimmt, den Haubitzen-Typen müsste ich auch noch finden. Das wäre vielleicht eine Sache, der man sich annehmen kann, aber nee. Ich hatte jetzt nicht wirklich die Ambitionen, diese Plattform da zu erreichen. Zwei One-Obs haben wir noch, also zwei Leben noch. Schön. Bin ich eigentlich doof? Sag mal. Warum gehe ich denn jetzt schon wieder hier rein? Das bringt doch eigentlich nur Nachteile. Ja, oder? Wobei, ich weiß gar nicht, wie weit der Weg sonst wäre. Na, prinzipiell würde ich sagen, ist das halt eine dumme Idee gewesen. Da unten will Cooper hin und er ist eigentlich hier unten... Ja, weiß. Es ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Es ist eigentlich echt nicht so schlecht. Ja, ähm... Das hingegen schon. Der ist ja direkt hier um die Ecke und... Ich würde schon sagen, dass man das gut machen kann, doch. Das ist eigentlich ein relativ schneller Weg. So. Jetzt werde ich aber besiegen. Jetzt werde ich wahrscheinlich bei der Bödenbrücke runterfallen. Es muss ja eigentlich so kommen. Oh, das kommt genau in dem Moment eine Kugel raus, was nicht der Fall war. Vorhin habe ich die ganz souverän gemeistert. Also es... Es wäre krass, wenn das jetzt nochmal passiert. Ja, ich bin krass. Sehr gut. Gefällt mir. Oh, lahme Schnecke. Gepär. Ich kann's nicht glauben, du hast mich schon wieder besiegt. Scheiße. Ja, ich wollte doch hier... Ich hab doch in die Cooper Sprintschuhe investiert. Egal. Sehe ich auch so. Egal. Gib mir einfach den Rotz. Ein Stern ist jetzt nicht unbedingt Rotz, aber... Ne? Und so weiter. Also es gibt auf jeden Fall eine Rote Münze. Und es gibt wieder irgendwie Silberstern oder Sternenschalter. Und was gab's noch für... Prinzipiell hier so in der Welt für Sterne. Ich geh jetzt doch mal in die kleine Welt vielleicht rein. Wobei das ja eigentlich die große Welt ist, aber wir sind alle klein. Klepto. Ja. Müssen wir uns irgendwo fallen lassen, oder was war mit ihm nochmal? Keine Ahnung. Finden wir heraus. Und irgendwas war doch hier noch mit diesen Piranha-Dingern im Wasser, oder? Habe ich zumindest so in Erinnerung, dass hier irgendwas mit denen noch nicht ganz stimmte. Ich weiß aber nicht, was man da machen musste, oder ob das einfach nur für Münzen gut war, oder... Ich glaube, ich habe auch ziemlich lange gebraucht für den 100 Münzenstern hier, ne? Verständlich. Sag ich mal. So, hier ist ein Flyguy. Den brauche ich jetzt nicht. Achso, da konnte man... Irgendwie... Cool rüber... Cool hoch, aber irgendwie auch nicht. Ja, ich... Ich lasse es lieber. Und geh lieber hier lang. Hier waren nur Münzen, glaube ich. So, ich habe den Klepto gesehen, aber wo... Ihhh, Moment, ich nehme... Ich nehme mal die Kappe mit. Das ist bestimmt... Ich komme da bestimmt besser durch. Vielleicht. Keine Ahnung, ob das jetzt was gebracht hat. Ja, hier. Ich mag auch diesen ganzen Aufbau der Welt einfach gar nicht. Ich finde die ziemlich beschissen. Also auch den Aufbau finde ich ziemlich beschissen. So, okay. Ja, jetzt gucke ich gleich wahrscheinlich dann doch wieder runter, weil ich schon fast ganz oben bin und sehe dann irgendwo den Klepto. Aber ist ja auch gar nicht so schlimm, dann weiß ich immerhin, wo er ist. Ich glaube, die Wario Cup hat echt so gut wie nichts gebracht. Was soll's. Er ist aber nicht auf der Karte irgendwie markiert oder irgendwas. Ach, stimmt, es gab noch diese fünf Geheimnisse. Diese Itty-Bitty-Rätsel hießen die, glaube ich, auch wirklich einfach nur. Stimmt, und ich glaube, dafür musste ich hier als Großer Mario zum Beispiel das Wasser ablassen und dann Stammvertacke mit dem kleinen Charakter machen. Aber wo ist der Klepto jetzt eigentlich? Also, ja gut, ich glaube, ich bin jetzt auch viel zu hoch, als dass ich das sehen könnte. Ach, ich springe ja wieder runter, ja, ganz ehrlich. Ja, ja, okay. Ich sehe es. Das war so blöd, hier überhaupt hinzukommen, ne, genau. Ach, Leute, wenn ich jetzt gerade hier bin. Soll ich nicht einfach mal die roten Münzen? Ich möchte mal reinschauen. Da waren nur rote Münzen, glaube ich, ne? Also nichts anderes noch irgendwie. Und ein blauer Münzen-Switch ist auf jeden Fall noch da. Das ist... Ah, und ein Sternenschalter. Guck mal. Dafür bin ich doch hier. Genau für sowas. Wobei, Wario hier jetzt echt nicht der Beste ist, weil er kann nicht weit springen. Mit einem Long-Jump sieht es natürlich anders aus. Aber dass ich die Wario-Kappe jetzt hatte, war die absolut beschissenste Konstellation. Dann weiß ich aber schon mal Bescheid. Das ist eine sehr interessante Information. Ähm, ach komm, weißt du was? Oh, ich arbeite gerade wieder an fünf Baustellen gleichzeitig irgendwie. Und den Kleptor habe ich vor allem immer noch nicht wieder... Da ist er doch. Da war er doch. Ich habe ihn gesehen. Oder gibt es den nur in der großen Welt? Das kann auch sein. Dass es den nur in der großen Welt gibt, weil in der kleinen habe ich ihn jetzt gar nicht gesehen. Das kann sehr gut sein. Weil es gibt ja auch auf jeden Fall kleine, also exklusive Sterne für die kleine Welt. Also für da, wo wir klein sind. Für die große Welt. Wir sind jetzt eigentlich in der kleinen Welt. Deswegen könnte das auf jeden Fall ein exklusiver sein für diese Welt, in der wir gerade drin sind. Das würde Sinn machen. Wie ich da rankomme, ist trotzdem die andere Frage. Das liegt aber auf jeden Fall hoch. Finde ich gut. Ja, guck mal, wir sehen ihn auch jetzt auf der Karte. Also den Kleptor und natürlich den Stern. Mann, ich wollte doch gerade gucken, dass ich den vielleicht irgendwie abgreifen kann. Ihr Säcke. Komm her, du Pisser. Nein, 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 nein. Und komplett runter. Oh, Drecksstern, ehrlich. Gab es den im Original? Ich bin mir nicht sicher. Ah, stimmt. Hier konnten wir, wobei, konnten wir hier easy hochlaufen? Nicht von allen Seiten jedenfalls. Äh, da ist ein Zaun. Leute, da ist ein fucking Zaun. Was soll das denn? Letztes Leben. Hey, hey. Dann muss ich wieder rund, also dann lande ich wieder unten und muss wieder hochlaufen. Das ist eigentlich das Schlimmste daran. Ja gut, aber dann weiß ich schon mal, was mich insgesamt jetzt wartet. Wir haben diesen Klepto-Stern. Dann haben wir noch den Rote-Munsen-Stern. Dann haben wir noch den Stern da drin. Und noch den mit den Rätseln. Dann haben wir es auch schon. Schon. Das müssen wir alles erstmal kriegen. Guck mal, der ist er doch schon. Komm her, du Sack. Ja gut, das war... Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht hab. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht hab.